Jo, hey mal Leute, jetzt haben sie hier die Masten fertig gebaut auf der Brücke hier. Die Masten sind hier schon fertig. Wollte nur kurz mal sagen, ich bin wieder im Rosenbach, hier am Bahnhof, in der Nähe von Garnhof. Hier hinten ist der Bahnhof. Und ja, ich werde vielleicht ein paar Züge aufnehmen, wenn jetzt ein paar vorbeifahren. Aber wenn es abends arbeiten sie hier irgendwo hier hinten, kann man kurz hier ranzoomen. Jetzt geht's. Ups. Hier halt. Haben sie hier gearbeitet. Die neuen Masten sind schon da. Und so, ja. Das war's eigentlich gleich mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein Bauupdate hier, wo man sehen kann, wie viele Masten hier schon sind. Da ist noch ein alter. Also hier, dem jetzt hier noch wegmachen. Weg machen irgendwann mal. Die alten. Also hier sind die neuen, die... Das ist ein neuer. Und das ist ein alter. Die braune sind die alten und die... Ähm... Grauen sind halt die neuen. Ja. Ja. Ja, ciao. Ich hoffe, es hat die neue. Vielen Dank.